So, wir fahren jetzt erstmal zum Supermarkt, zum zweiten Mal, zum Hotel und ich fahre das erste Mal Auto. Also ich war jetzt nicht zum ersten Auto, ich fahre das erste Mal im Linksverkehr, so wie es läuft. So Leute, ich habe es geschafft. Es war zwar nur so 4 Minuten, aber die habe ich auf jeden Fall schon mal gemeistert. Mal schauen, wie es dann bei längeren strecken wird. Jetzt gehen wir aber erstmal einkaufen. Das ist das aufgewärmte Reis von Christa. Ohne alles. Schmeckt dir gut? Ja. Echt? Ja, ist lecker. Ich glaube es gibt kein... Ah ok, Reis gibt es bestimmt noch, die den Pur essen. Ohne die Soße, ohne alles. Aber Chris isst wirklich alles ohne die Soße. Aber es ist ja gut, es ist pflegeleicht. So, Chris und ich gehen jetzt mit meinen Eltern essen. Wir treffen sie an ihrem Hotel. Ja, habe ich extra heute ein bisschen schicker gemacht. Es klingelt einfach, ich kann jetzt nicht die Tür aufmachen. Ich weiß nicht, wer das ist, wer klingelt bei mir? Hey, warte. Hey, warte. 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 Ich glaube, es ist Sirena und so. Hallo? Hallo? Ich höre dich. Überraschung. Hallo, alles Gute. Oh mein Gott. Hallo? Wir haben noch das. Oh. Wir haben auch noch was mitgebracht. Was macht ihr? Wir haben Popcorn. Oh mein Gott. In so einem Laden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, danke schön. Bitte schön. Hey, das war's trotzdem. Oh mein Gott. Ich stelle jeden, musst du direkt mal testen. Warte, ich will lesen. Was ist das? Guck dich an. Es ist zwar kein Kuchen, aber es steckt genau so drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was so anders ist. Happy Birthday. Oh mein Gott. Mach es an der Biersäcke. Mach es an dem. Auch an dem. Das kann ich nicht. Das ist das eigentlich. Kannst du das? Ich komm es mal. Ich komm es mal, aber ich weiß noch nicht. No way. Oh, ich hab Angst, dass du das ganz gut machen. Aber warte, ich krieg's hin. Warte. Gib mir hier sowas. Ich mach das. Warte. Ich krieg's nicht auf. Nee, ich bin so schlecht dafür. Ich komm es mal. Ja. Ich. Was hat denn passiert? Das liegt so oft nicht so. Ich hab die ganze Flasche eng spritiert. Ah, ich krieg's hin. Wir haben Möglichkeiten eins und zwei. Was sollen wir tryen? Die Passung ist das. Das günstig. Oh mein Gott. Geht dir gut. Ich hab die ganze Versiege. Ich hab die was. Ok, ich hab jetzt Angst. Ich hätte die bestecken sollen. Man hört so wie ich das bestecken muss. Oh mein Gott. Mein Herz. Warum? Zerena! Hier kannst du mich umreden. Da guck ich her. Benni Vlog. Hi. Geburtstagskind packt Geschenke aus. Und guck, was ich bekommen hab. Ja. Es ist so viel besser als Kuchen. Hat echt nicht für Kuchen gereicht. Aber Popcorn. Ja. So, wir haben jetzt Annika besucht. Noch kurzfristig, überrascht, weil sie Geburtstag hat. Und jetzt laufen wir grad zurück zum Auto, Chris und ich. Jetzt wird noch richtig müde, es ist irgendwie halb zwei. Und wir müssen morgen wieder früh aufstehen. Wir müssen das ganze Setup aufbauen. Und das wird, äh, a lot. Aber dann kann ich endlich wieder streamen. I miss it. Guten Morgen. Ähm, ich bin jetzt gerade dabei, mein Setup aufzubauen. Ähm, es ist noch ganz schön viel, was ich tun muss. Und ich hoffe, ich bekomme alles hin mit den ganzen Kabeln und so. Weil, für die, die es nicht wissen, ich bin nicht so technikaffin. Ähm, ich hab meistens meine Schwester zusammen aufgebaut. Meine Schwester ist natürlich jetzt nicht da. Deswegen, mal gucken, ob ich es hinbekomme. Aber nur drei rufe ich sie einfach an. Ja, oh Gott. Ich zeig euch mal, wie das jetzt hier aussieht gerade. Hallo, hallo. Wir waren gerade am Strand. Also wir sind noch am Strand. Wir waren gerade im Meer. Chris und ich, meine Eltern sind jetzt gerade im Meer. Hier ist Chris. Ja, endlich Sonde tanken. Ähm, wir waren das erste Mal jetzt auf Malta an einem Strand. Davor waren wir ja, also als wir für ein paar Tage da waren, waren wir nämlich gar nicht am Strand. Da war es viel zu kalt. Es ist sehr nice. Wasser ist auch schon richtig warm. Obwohl es ja erst Anfang Juni ist. Ähm, die Sonne ist auch noch richtig. Also die knallt auch noch richtig. Obwohl es jetzt auch schon 17.30 Uhr ist. Wir gehen jetzt übrigens auch gleich, ähm, nachdem baden gehen wir dann noch essen. Mit Annika. So als kleines Geburtstagsessen. Annika hat ja heute Geburtstag. Ich habe schwer. Hallo, hallo. Wie man vielleicht jetzt erkennen kann, bin ich an meinem Setup angelangt. Ähm, ja, alles hat funktioniert. Einigermaßen. Ähm, Kamera ist ein bisschen schräg. Ich weiß, es wird noch gefixt. Ist leider ein bisschen was gefuckt gegangen anscheinend. Naja, auf jeden Fall. Wir sind sich jetzt an meinem Setup auf meinem provisorischen Gaming Stuhl. Ähm, mit meinem super aufgeräumten, wunderschönen Hintergrund. Ist es ein bisschen wild. Auf jeden Fall wollte ich euch einen kleinen Recap geben. Weil es ist jetzt ein bisschen mehr als eine Woche vergangen. Zu dem Chris und ich auf Malta eingezogen sind. Malta unsicher gemacht haben oder immer noch machen. So viele neue Eindrücke, die man jeden Tag irgendwie sammelt. Und die auf einen einprasseln. Und es ist wirklich, es ist verrückt. Es ist verrückt. Und ich, ähm, kann noch gar nicht so ganz glauben, dass ich jetzt wirklich, äh, hier bin. Und auf Malta lebe. Mit meinem Freund zusammen. Ähm, Chris und ich hatten über anderthalb Jahre eine Fernbeziehung. Das heißt, ähm, das ist halt auch mal ein bisschen was. Noch mal einen rasseren Schritt würde ich jetzt mal behaupten. Und ich kann es auch noch gar nicht so ganz fassen. Mir wurde auch häufig schon die Frage gestellt, so. Seid ihr angekommen? Fühlst du dich zu Hause? Ähm, zuhause fühlen? Auf jeden Fall. Also ich habe kein, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich, also ich weiß, ich fühle mich nicht unwohl. Sagen wir es mal so. Also natürlich würde es erst mal ein bisschen dauern, bis wir das alles so hier schön eingerichtet haben. Bis halt noch ein paar Sachen fehlen natürlich. Äh, mein Streaming-Raum bleibt natürlich jetzt nicht so, wie er aussieht. Ich habe noch echt ein paar Dinge noch vor damit. Und ich glaube, wenn dann so langsam immer mehr so persönliche Gegenstände auch in die Wohnung kommen, dann fühlt man sich auch ein bisschen wohler. Ich fühle mich auf jeden Fall gut aufgewogen hier. Und ich habe auch kein Heimweh bis jetzt. Ich meine, ich habe meine Eltern jetzt ja auch letztens noch gesehen. Und ich meine, wir Facetime eigentlich auch alle zwei Tage. Ich schicke meinen Großeltern immer fleißig Bilder, weil die wollen immer Bilder haben. Und ich meine, dann ist im Juli ja auch mein Geburtstag. Wahrscheinlich werde ich dann auch nochmal irgendwie nach Deutschland kommen. Also ich werde eh immer wieder meine Family sehen, was mir auch wichtig ist, weil ich brauche auch so ein bisschen diese Family-Time. Und ich bin gespannt, was jetzt auf diesem Kanal noch alles kommen wird. Es werden auf jeden Fall noch mehr Vlogs kommen. Ähm, ich werde mir ein paar so Formate mäßig überlegen. Mal schauen auf jeden Fall. Es wird eine coole Zeit. Ich habe echt schon ein paar Ideen. Ich muss mal schauen, ob ich das alles genau umsetze. Ja, und ich freue mich, dass ihr hier auf meinem Kanal seid. Und ich hoffe, dass euch mein Content gefällt und auch der Content, der jetzt kommen wird, gefallen wird. Ja, deswegen auf jeden Fall abonnieren und Glocke aktivieren und kommentieren, damit es noch mehr Leuten angezeigt wird. Ähm, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall was und wir hören uns. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.